Hallihallo meine Lieben, ein neuer Tag, ein neuer Vlog. Wir sind bei Jessi und Jannis, bei J&J. Ja, wir haben ein paar Tage glatt gegessen und jetzt fotografiert mich Jannis beim Vloggen. Das ist ein bisschen befremdlich. Ja, und was machen wir jetzt? Jetzt trinken wir ein bisschen was. Was machen wir jetzt? Was? Außer Oli. Außer Oli. Wir chillen jetzt ein bisschen, quatschen ein bisschen. Jannis hat übrigens auch voll... Ne, wem hat die Kamera? Deinem Papa? Dein Papa. Okay. Jannis ist auch fleißig am Foto machen mit einer Canon EOS 650D. So, hätten wir es auch geklärt. Mit einem echt coolen Blitz. So, Timo. Achtung, Timo, es geht los. Aber wir müssen hier bleiben. Hört er weg. Nicht, dass das... Der Deckelprikot. Der Deckelprikot, genau. Oli, nehmst du mich gleich in den Arm? Das knallt gleich. Das knallt gleich. Ist da überhaupt was rausgekommen? Hä? Nicht viel, ne? Ne. Ich hab den Deckel. Sternchen. Die will ich aber. Herzchen. Guck mal, Härtchen. Wir haben noch mehr. Wo sind denn die alle? So, ich hab den... Ja. Ich dachte, ich gebe gleich die Welt unter, weil das andere angeht. Der Deckel ist in meiner Konferenzmaschine gekommen. Was da? Dann lag ja noch die Hälfte drin. Da lang noch ein paar Herzchen drin. Oh. Die muss sich leider ausschütten. So, noch einer. Oh nein. Nicht noch ein Stück vorne. Stopp. Das geht doch nicht. Ich mag das. Oh. Da ist die Schlange drin. Oh. Cool. Wo ist die denn da? Da unten. Der Deckel ist echt. Der ist wieder drauf geflogen. Eins noch. Komm. Ah. So, da war mal viel drin drin. Wuuuh. Wuuuh. Ach, das ist der untere Deckel. Ein Sternchen. So, der fliegt hoch, ne? Guck mal. Hier. Aber die waren mal cooler, die Sachen, ne? Die waren mal richtig voll, mit ganz viel Kram drin irgendwie. Und so viele Leute da beschwert wahrscheinlich. Dass das so viel Dreck wegmachen muss, hm? Ja. Aber da waren immer super. Das war früher auch mit Flecken an der Decke, wenn das nicht nur verflogen ist. Ja klar. Flecken? Ja. Flecken ja auch. Es sind jetzt noch neun Minuten und 53 Sekunden. Dann geht's los. Neun. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Eins. ovy. Töрен. Du bist jetzt. Dann kommt der. Komm ein. Wo ist es? Ja. Ichevri Boz. oxygen. Ein kleines simsm свою darf es. Das war's. Das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020 So meine Lieben, wir waren jetzt vorhin draußen, haben geböllert, wie ihr gesehen habt, haben ein bisschen angestoßen, die Jungs räumen jetzt draußen noch den Müll weg und wie ihr sehen könnt, der Lippenstift ist mittlerweile runter, weil es war ein Intense Butter Gloss von Nix. Aber da das nicht matt war, ist das ziemlich schnell von den Lippen runtergegangen, deswegen habe ich es einfach irgendwann weggemacht. Und ja, jetzt werden wir noch ein bisschen weiter feiern und ich wünsche euch allen ein frohes neues Jahr, auf dass alle eure Vorsätze in Erfüllung gehen und ja, das ist jetzt soweit das von mir. Ihr Lieben, wie ihr seht, bin ich jetzt abgeschminkt. Wir werden jetzt schlafen gehen. Da ist der Olli, wolltest du auch noch frohes neues Jahr wünschen? Ja, wir werden jetzt schlafen gehen und ja, wir hoffen, ihr hattet einen super Start ans neue Jahr und wir hatten einen sehr schönen Abend. Und wenn wir jetzt schlafen gehen, das ist nämlich schon wieder spät. Und deshalb, meine Lieben, abonniert sehr gerne diesen Kanal. Übrigens vielen, vielen lieben Dank für die 700 Abonnenten. Ich freue mich so. Wir haben 700 Abonnenten in 2017 geschafft. Mal schauen, wie viele wir am Ende von 2018 haben oder wie viele wir dann sind. So, ihr Lieben, abonnieren nicht vergessen, da wir gerade beim Thema sind. Und dann wünsche ich euch einen schönen Tag und für euch geht es gleich weiter. Tschüss. Hallo, meine Lieben, heute ist Dienstag. Also wir haben den Montag. Huch, Kamera, fokussieren. Hallo, Huch. Ja, wir haben auf jeden Fall den Montag geflissentlich übersprungen. Gestern ist hier absolut gar nichts passiert. Haare schon wieder abstehen. Wir haben Raclette gegessen. Weil wir hatten auch noch ein bisschen was dafür eingekauft. Und das werden wir heute auch wieder machen. Und jetzt warten wir eigentlich darauf, dass sich jemand hier die Wohnung anguckt. Aber irgendwie scheint hier nicht zu kommen oder sich zu verspäten. Auf jeden Fall werde ich jetzt diesen Vlog hier schneiden oder schon mal anfangen zu schneiden. Und, ähm, ja, ich war heute wieder arbeiten. Olli hat Urlaub. Der kleine Glückspilz. Oh, weil es sich geil erst ist, nicht arbeiten zu müssen. Jetzt warten wir darauf, dass übrigens der Olli... Hast du heute schon geblankt? Ne, ne? Ne, die kommen nicht mehr. Meinst du? Ja, hab ich wenigstens mal gewohnt. Weil du ja auch nicht den ganzen Tag schon deine Ruhe hattest. Ne, aber dann hab ich den ganzen Tag Ruhe. Außer vor dir, aber ich hab Ruhe. Wir essen jetzt leckerer Raclette. Irgendwie sieht die Ausfall total mager aus. Haben wir irgendwas vergessen? Diesen Brötchen, Kartoffeln, Champignons, Mais, Paprika, Bacon, Kidneybohnen, Hühnchen... Und Käse. So, Olli und ich haben jetzt ja Raclette gegessen. Das habt ihr gesehen. Dann wollen wir duschen. Und ich werde jetzt ins Bett gehen. Beziehungsweise erst lüften wir. Und dann werde ich ins Bett gehen. Wir haben es nämlich schon wieder 10 Uhr. Und heute wollte ich mal nicht so lange wach sein. Das Ding ist, heute Morgen wurde ich um 20 vor 5 geweckt. Weil oben drüber der Radiobäcker angegangen ist. Um 20 vor 5, ja. Das ging dann bis 5 Uhr. Und es war so laut, als wäre der hier bei uns im Raum. Das war nicht so geil. Vor allem, wenn man eigentlich noch bis 6 Uhr schlafen könnte. Naja, lange Rede, kurzer Sinn, ihr Lieben. Wir werden jetzt ins Bettchen gehen. Deshalb abonniert sehr gerne diesen Kanal. Und wir sehen uns dann am Freitag zu einem neuen Video. Oder Sonntag zu einem neuen Vlog. Tschüss! Tschüss! Tschüss!